Mein Freund das Krokodil Ein Buch von Brigitte Endres und Mark Alexander Schulze Viel Spaß! Toni ist stinksauer. Mama hat ihn einfach zur Tür geschoben. Die Sonne scheint so schön. Geh doch zum Spielplatz. Dabei weiß sie genau, dass Ben und Leo ihn dort immer ärgern. Und die zwei sind viel größer und stärker als er. Lass dir nichts gefallen und zeig ihm die Zähne, hat Mama gesagt. Ja, wenn er groß und stark wäre oder wenigstens einen starken Freund hätte. Aber das versteht Mama nicht. Wütend schlägt Toni die Tür zu. Wumm! Wütend hüpft er die Treppen runter. Bumm, bumm, bumm. Wütend schlägt er mit der Faust auf die Briefkästen. Wumm! Was war denn das? Toni bleibt fast die Luft weg. Unter der Treppe kriecht ein Krokodil hervor. Ein großes, grünes Krokodil. Es reißt das Maul auf, das man durch seinen roten Schlund fast bis zur Schwanzspitze sehen kann. Hat das riesige Zähne. Scharfe, spitze, gefährliche Krokodilzähne. Hoffentlich hat das Krokodil keinen Hunger, denkt Toni. Vorsichtig tastet er in seiner Jackentasche nach der Tüte mit den Pfefferminzbonbons. Schnell wirft er dem Krokodil eins davon zu. Schnapp! Weg ist das Bonbon. Es scheint dem Krokodil zu schmecken. Glück gehabt! Auf einmal kommt der Hausmeister aus seiner Wohnung. Was treibst du denn hier? Poltert er los. Oje, der ist schlecht gelaunt. Toni kann sich vor Angst kaum rühren. Da hat er eine Idee. Er wirft dem Krokodil noch ein Bonbon zu. Zack! Sperrt es wieder den Rachen auf. Zum Fürchten weit. Uuua! Und Toni meint schüchtern, mein Krokodil und ich sind unterwegs zum Spielplatz. Da sperrt auch der Hausmeister den Mund auf. Aber vor Staunen, kopfschüttelnd, sieht er den beiden nach, wie sie das Haus verlassen. So ein Krokodil an der Seite, das fühlt sich richtig gut an, denkt Toni. Und irgendwie kommt es ihm vor, als machten ihm alle Leute Platz auf dem Gehsteig. In diesem Moment läuft ein großer Hund geradewegs auf Toni zu. Toni graust sich vor großen Hunden. Und der da sieht wirklich zum Grausen aus. Pech schwarz und bärenzottelig. Zitternd greift Toni nach den Bonbons und das Krokodil zeigt seine Zähne. Uuua! Toni bleibt ganz tapfer einfach stehen. Geh weg, Hund! Weg da! Da bleibt der Hund auch stehen. Dann macht er verdattert Kehrt und trottet zu seinem Herrchen. Als Toni und das Krokodil zum Spielplatz kommen, sind da tatsächlich Ben und Leon da. Hey Toni! ruft Ben vom Klettergerüst herunter. Willst du haue? Von euch lasse ich mir nichts mehr gefallen, sagt Toni mit fester Stimme und klettert los. Das Krokodil klettert mit. Nicht besonders gut, aber es strengt sich an. Da fängt Leo an, Toni zu schubsen. Aber Toni hält schon ein Pfefferminzbonbon bereit. Uuua! Das Krokodil reißt sein Maul auf. Verschwindet lieber, sonst frisst euch mein Krokodil, brüllt Toni. Erschrocken springen Ben und Leo vom Klettergerüst und rennen davon. Das ist mein Krokodil, sagt Toni stolz zu seiner Mama, als er heimkommt. Darf ich es mit reinnehmen? Mama schüttelt erschrocken den Kopf. Ein Krokodil! Das geht doch nicht. Es wird uns fressen. Es frisst Pfefferminzbonbon, sagt Toni. Und es zeigt allen die Zähne. Mit einem Seufzer lässt die Mutter das Krokodil in die Wohnung. Und dann erzählt Toni, was er mit seinem neuen Freund heute alles erlebt hat. Als Toni am Abend ins Bett schlüpft, legt sich das Krokodil dick und breit neben ihn. Toni muss sich ganz klein machen. Hast du schon Zähne geputzt? Fragt Mama, als sie ins Kinderzimmer kommt. Toni schüttelt den Kopf. Das Krokodil wollte auch nicht. Mama runzelt die Stirn. Soll das Krokodil etwa hier übernachten? Toni nickt heftig. Und du willst es weiter mit Pfefferminzbonbons füttern? Toni schaut in die Tüte, die auf dem Nachttisch liegt. Da ist nur noch ein einziges Bonbon drin. Hat das Krokodil etwa die ganze Tüte leer gefressen? fragt Mama entsetzt. Ohne Putzen wird es bald Löchern in Zähnen haben. Und am Ende fallen ihm die noch alle aus. Toni denkt nach. Was, wenn Mama recht hat? Ein zahnloses Krokodil nützt ihm gar nichts. Und wenn die Bonbons alle sind, wird es Hunger kriegen. Oh je, das will er sich lieber nicht ausmalen. Na gut, ich lass es laufen, sagt Toni und springt aus dem Bett. Toni wirft das letzte Pfefferminzbonbon ins Treppenhaus. Plopp, 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 kullert es die Stufen hinunter. Er winkt seinem Freund nach. Danke, liebes Krokodil. Komm gut heim. Ein bisschen traurig ist Toni schon, als das Krokodil weg ist. Mama nimmt ihn in den Arm. Mach nicht so ein Gesicht. Das Krokodil hätte ja doch nicht für immer bleiben können. Und außerdem kannst du jetzt selbst prima Zähne zeigen. Uua, macht Toni. Und dann geht er ins Bad. Zähne putzen. Krokodil. Krokodil. Untertitelung des ZDF, 2020